I know. Käse ist echt Gift. So, los mit dem Briefing. Was, jetzt schon? Hallo. Hallo. Letzte Woche 2020. Oh, stimmt. Oha. Was war dein Highlight dieses Jahr? Du. Danke. Deins? Äh, du. Das gelogen. So, was in letzter Woche passiert. Ey, das hab ich gehört. Guck mal, so ist Trill, wenn der muted. Laut, oder? Was ist, Matteo? Komm mal mit kurz. Komm mal hier in die Ecke. Komm mal hier in die Ecke. Ja, was ist dein Problem jetzt, Matteo? Lass das ausdiskutieren. Was ist los? Zieh erstmal deine Jacke aus. Wie geht das? Zieh die aus. Matteo? Ich renne weg. Later B. Ja! Hä? Hä? Hä von Arsch. Wir haben uns heute hier versammelt, um Mäntel, alias Speckmäntel, zu beerdigen. Speckmäntel mögest du in Frieden ruhen. Speckmäntel mögest du in Frieden ruhen und wir denken immer an dich. Wir denken an dich. Ich erinnere mich noch an Rivals, da wurde zum ahnungslosesten Spieler gefühlt. Du warst einfach der schlechteste Mann, komm drauf, klar. Oh, Achtung, Vorsicht, 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 weg, 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 weg. Wir wollen ja mal gemeinsam ermitteln. Ja, hier sind Fingerabdrücke. Ach, was hörst du? Ja, dass du Imposter bist. Ja. Ich hab's gesagt. Gehen wir nicht drüber. Fick dich! Kleine Schweine. So ein kleines Schwein, ey. Fick doch das dumme Knochen. Das ist wie so ein Schottenrock. Und hier ist die Kapuze. Es ist wie eine Hose, nur falsch. Ich find's halt so traurig, dass Matteo immer der ist, der die Runden hier organisiert, weil ich wünsch, dass wäre, da müsste ich nicht immer mehr... Oh, Matteo, moin. Mann, ist so ne Dreckzau einfach. Wenn ich's wär, Matteo, da hätt ich sich dann weggestochen. Nee, nee, du hätt's... Ich muss hier unten aber die blöden Reifen... Die Reifen wechseln, gell, von dem abgestochenen Haus. Wenn du neben ihm bist, oder was? Also du bist grad durchguckst, siehst du? Boah! Nee, es kann nicht sein, dass er das schon wieder macht, einfach! Dreckschweine drin. Noch die Zeit, noch die Zeit drin. Boah! Das ist bei der Rückkehr. Ich hatte so einen guten Run! Ich hatte so einen guten Run! Dann hatte so einen guten Run! Okay, so eine guten Right! Das ist ein guter Rap! Oh, das ist falsch. Bleh. Hau gugulgulgurra. Bleh. Gott! Ist das los? Sorge. Bleh. Ich hatte es immer noch durch. Bleh. Guck. Guck, guck, guck. Bleh. Bleh. Das sieht aber auch aus so RIP. Das meint ihr. Könntest dahinter sein. Mann, ich muss doch schnell sein. Hör auf. Rum zu blödeln. Ja, wieso blödl ich denn rum, Tett? Ah! Oh no. Ich hab den Fallstart-Gee getrackt! Du bist klar der bessere Minecraft-Spieler. Wir haben jetzt in Stein gemeißelt. Boah, Alter, wie knapp! Halben Herz. Boah! Wahrscheinlich, ey. Unter 1,13! Ein halbes Herz. Gar kein Problem! Alter, ich hab halt gedacht, Leon, ich hab schon gedacht, ich krieg dich nie mehr, weil ich hab grad Lust, du hast wieder so einen krassen Run. Dabei hatte ich dieses Mal den krassen Run. Krasse ist, der Run, der vorhin war, wäre ich da runter gewesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, der war 28. Anfang erst. 28, 29, 20. Ja. Der erste Run des Tages! Was? Oh mein Gott! In den nächsten Tagen werde ich eine PB aufstellen, die du niemals schlagen kannst. Hier, ich weiß nicht, ob du diese UNO-Karte kennst. Also, ich werf's einfach mal nicht zurück, okay? GG. Ja, GG. Man sieht, Minecraft tut dir richtig gut. Es tut mir überhaupt nicht mehr gut. Ich bin schon sehr lange an dem Punkt vorbei, wo es mir in irgendeiner Art und Weise gut tut. Ja. So viel kann ich sagen. Ja, danke, Andi, für den Zusammenschnitt. War wild. Aber das Jahr ist vorbei. Fass. Ja. Ich werde nächstes Jahr Was? Was? Nicht mehr Minecraft Speed Run. Nie wieder? Weiß es nicht. Weniger. Ja! Mehr geht ja auch schlecht. Dass du mal EFT spielst oder so. Ja, mach doch! Wobei ich mache Nachtschicht. Vielleicht mache ich in der Nacht, wenn ich verliere. Falls ich verliere. Ich habe noch zwei Chancen. Guck einfach. So. Ja, gut. Dann. Danke für das Zusammenschnitt von Andi. Schauen wir mal letzte Woche durch. Mhm. Also, ich habe eigentlich ausschließlich versucht. Lass fast gehen. Lass durch. Ein Run. Es war halt ein paar Mal richtig knapp. Und ich habe verkackt. Also richtig verkackt. Mhm. Aber weißt du, was am allerschmerzhaftesten war? Was? Ich hatte ein Run. Aber Sub-30-Pace hätte World Record sein können. Okay, das nicht. Und dann bin ich sehr weit. Habe alles, was ich brauche. Boop. Gute Pace. Fast travel durch den Nether. Und das Spiel stürzt ab. Bill Gates. Ich sag's dir. Das war gestern. Und das war das schmerzhafteste Gaming-Erlebnis ever. Guckst du Videos von Andi in the Duck? Genau. Ich habe mir ihre Wohnung angeguckt. Und dann die Wohnung von Simon. War das letzte Woche? Weiß ich gar nicht. Wie ist die Wohnung von Andi? Echt schön. Also auch krass eingerichtet. Also bei Simon ist er noch ein bisschen leer. Ah, dann haben wir... Hä, war das Montag? Lass laufen. Ich habe dann einfach spontan einen Dark Souls No Death Run gemacht. Hä? Okay. Und bin dann am Wildschwein gestorben. Was komplette Blamage ist. Aber ich würde ihn vielleicht diese Woche nochmal probieren. Spontan aber nur. So. Hier hat Leon gerade seinen neuen PB aufgestellt. 3026. Mhm. Aber er hätte sogar noch einen besseren geschafft. Und so. Dienstag habe ich mir den angeguckt, den neuen PB. Hab gesagt, okay, das ist alles noch im Rahmen. Das schaffe ich. Hab natürlich sehr viel gespielt. Es ist noch pre-Heiligabend hier, ne? Ja. Es ist pre-Heiligabend. Wann war Heiligabend? Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag war Heiligabend. Donnerstag. Ja. Genau. Genau. Dienstag hast du dann auch gestreamt. Mhm. Da gab es dann die Runde Among Us. Da haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch viel. Ja, Trilox, Les, Papo, Baso. Kalle. Ja. Da haben wir das erste Mal mit Voice gespielt. Also, dass man die Leute ingame hört, wenn die nah dran sind. Eigentlich ganz geil, ne? War sehr lustig. Aber es hat am Anfang gar nicht funktioniert. Da war Lara noch dabei, bei ihr ging es dann gar nicht. Und bei Kalle auch nicht. Den musst du dann austauschen, leider. Probieren wir diese Woche nochmal. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert, hoffentlich. Also, du musst Kalle austauschen? Ja. Warum? Weil bei dem ging Voice nicht. Gar nicht? Ne. Es ist irgendwie ein Problem mit dem Internet. Wenn man übernimmt steht IPv4 oder IPv6. Ihr habt keinen Plan. Hä? Okay? Ja. Sehr schade. Ja. War aber wirklich witzig. Mittwoch, Leon. Da gab es mit Sina. Dann hier ist doch eine Koop Chill Minecraft mit RTX. Mhm. Ich weiß gar nicht, die bauen da so viel Zeug. Schön am abchillen. Alles am bauen, alles am machen. Ja, Mittwoch, ne? Same old story. Das war der letzte Tag vor Heiligabend. Ich kann gar nicht sagen, am Mittwoch ist glaube ich nicht so viel passiert. Ähm, da waren glaube ich alles scheiße. Ja. Alles scheiße. Ja, ja. Das war der Tag, wo ich nicht ein Nether hatte, wo ich irgendwas gefunden habe. Ich bin eigentlich immer in einem Baseit-Bium gespawnt. Und habe nie was gefunden. Und, ähm, aber es war nicht so schlimm an dem Tag. Weil den Tag davor hatte ich Glück. So, aber hier war irgendwie, war völlige Katastrophe. So, du hast dann gerade was mit Pokémon-Karten irgendwie kurz geguckt. Power Rangers? Ja, wir haben uns, wir gucken ja gerade die Geschenke von der Community an. Was die, die schönsten Geschenke. Und dann gucken wir ab und zu auch die Werbung aus den 90ern dazu, weißt du? Ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Genau. Und das ist dann, äh, da sind so krass Sachen dabei. Hattest du Lego? Ja, klaro. Richtig geil. Eisenbahn hatte ich alles. Was? Hatte auch mehrere Bahnhöfe. Also Eisenbahn war das Highlight. Ich hab mit meinem Bruder, als wir Kinder waren, haben wir auf der ersten Etage quasi gewohnt. Haben uns die so geteilt. In der Mitte war halt ein Flur. Aber man konnte rüber eben. Äh, und, äh, wir haben dann, ähm, zusammen mit unseren beiden Lego-Eisenbahnen, haben wir komplett durch beide Zimmer gebaut. Okay, du warst einfach richy rich. Nein, war ich nicht. Doch. Das war das einzige, was wir hatten. Das ist das Feuerste, was es gibt auf der Welt. Lego-Eisenbahn. Das ist überhaupt nicht. Schienen sind mega günstig. Lego-Schienen. Aber die Bahnhöfe und die Waggons und die Lokomotiven. Es geht voll klar. Das war das eins. Ja, wenn man... Was anderes hatten wir aber nicht. Wir hatten... Mein Bruder hatte noch eine Ritter... Eine Ritter... Eine Ritter... Eine Ritterburg. Hatte er noch? Und eine Ritterrüstung? Nee, hatte er nicht. Na gut. Ritschi ritsch, Alter. Also sonst ging's nicht schlecht. Aber Ritschi... Und dann hast du hier irgendwie... Haben wir hier 2000 Subs geschenkt bekommen? Nee, noch nicht. Das ist... Ah doch, 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 du hast recht, du hast recht. Ich wollte da eigentlich... EFT? Ich wollte Werbung Millionär spielen. Ja, warte ganz kurz. Werbung Millionär spielen. Und dann wurden wir aber unterbrochen durch zwei Stunden lang einfach Subs, die reinkamen. Aber ich dachte Donnerstag. Nee, beide Tage. Ach, beide Tage. Insgesamt über 3000. Ey, what the fuck, ey. Ja, also das war mega krass. Oh, EFT. Und dann haben wir EFT gespielt, weil wir wollten es ja so oder so mal anspielen. Und dann haben wir erfahren an dem Tag, dass am nächsten Tag Vibe ist. Mhm. Und ich habe einfach mein gesamtes Inventar leer gespielt. Ich habe innerhalb von einer Stunde 17 Millionen Rubel ausgegeben. Geil. Es fühlt sich aber gut an, wenn man nichts zu verlieren hat, ne? Es fühlt sich eigentlich nicht gut an, weil es geht um nichts. Und es macht gar keinen Spaß mehr. Okay. Erst jetzt, wo alles gewiped ist, alle bei Null starten. Jetzt fühlt sich erst wieder geil an, glaube ich. Ja, aber jetzt haben wir schon wieder, vier Tage sind schon wieder vergangen. Das ist egal. Nur die ganzen Streamer sind krass weit. Die ganzen normalen Leute. Nee, nee, nee. Ich sagte das. Es gibt so viele Hardcore-Leute in EFT. Ja, ja schon. Aber die meisten sind noch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Ich glaube Donnerstag hat Leon seine Zeit ja noch geschlagen am Ende. Also die 28er Zeit. Das ist noch Mittwochnacht. Mittwochnacht. Weil Donnerstag war ja nur ich da. Da war ja Weihnachten. Mhm. So. Genau. Kannst du mich laufen lassen? Und da hab ich gestreamt. Hab um 20 Uhr angefangen. Und da haben wir den Definity gemacht. Und haben gesagt, wenn... Weil so lange wie 3.000 Leute da sind, geht der Stream weiter. Julian Com? Was ist das? Das sind... Julian Com ist ein Fortnite-Pro-Player. Ein ganz junger. Der ist 15 Jahre alt oder so. Aber sehr sympathisch. Ich kannte den auch nicht. Der ist Han. Der ist Han. Han auch ein Streamer. Den könnte man kennen. Ich kannte ihn nur vom Hören. Der ist Fine Life. Fiene. Auch eine Spielerin, Streamerin auch. Der ist Mia Maus. Auch Streamerin. Ich... Also die Runde war ja an Weihnachten. Deswegen haben wir die... Der ist Knechti. Auch ein Streamer. Das kennen die alle nicht. Ja. Das sind halt alles Leute, mit denen wir normalerweise nicht so oft zusammenspielen. Weil... War ja Weihnachten und deswegen... Hatte keiner Zeit. Hatte keiner Zeit. Deswegen haben wir dann mit Leuten aufgefüllt die Ungekannte. Die nicht so cool sind. Richtig. Die nicht so cool sind. Oder die Ungekannte. Ne. Die waren bestimmt auch cool. Die waren sogar cooler als die, mit denen ich sonst spiele. Aber sagt es denen nicht, Chad. Okay? Ja. Ja. Kann es weiterlaufen lassen. Das ging dann bis 0 Uhr. Man muss sagen, Trilux ist richtig unsympathisch. Ja, ja. Der ist lost. Frohe, dass der auch noch nicht dabei ist. Ähm. Ja. Das ging bis 0. Und dann, ab 0 Uhr, ähm, haben wir dann entscheiden lassen, was wir spielen. Und es wurde dann FTL. Hm. Hatten wir lange nicht mehr. Ein Hardrun. Hab ich dann um 0 Uhr gestartet und er ging bis 6 Uhr 30. Was? Ja. Ein einziger Run. Bis 6 Uhr 30 waren 3.000 Zuschauer da? Ne. Bis 5 Uhr noch was waren 3.000 plus da. Und dann... Warst du in einem Run, warst du committed. Genau. Sind wir drunter geditzt, aber ich hab gesagt, ich mach den noch zu Ende, weil ich hatte Bock. Dann hab ich den noch zu Ende gespielt und dann haben wir auch gewonnen. War ziemlich geil. Spoiling, sorry. Da sind wir sogar in Endfight. Oh, Jens! Am Samstag. Genau. Freitag war komplett nix, glaube ich. Und Samstag kam erst mal Jens. Hat Jens gemacht? Ganz viel gelabert. Was hat er? Ich glaube, er hat... WoW. Auch WoW gespielt, ja. Ja. Ja, ja. Geradet sogar. Ist nicht Samstag immer Raid bei ihm. Ich hab keine Ahnung. Mit Randoms, oder? Mit Randoms geradet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann kam Maurice. Achso, mit uns LFR. Okay. Und hat nächste Runde Shadowlands WoW Lore Talk gemacht. Ja. Sehr faszinierend. Wer sich für WoW Lore interessiert, auf jeden Fall nachholen. Ist auch auf dem Community YouTube Channel direkt hochgeladen worden. Er steckt da drin. Er steckt da drin in der Lore. Lore. Also richtig, richtig, richtig tief. Sagt der Maurice. Zwei, drei Jahren wird er von Blizzard abgeworben. Und dann entwickeln die ein neues WoW mit ihm. Neue Lore entwickelt er. Ja. Da gibt es dann so ein neues Volk. Die Frösche. Mhm. Und dann wird er komplett die Lore dafür schreiben. Die Frösche also. Okay. Ja. So. Das war der Tag. Und zwar war erst mal gestern was Besonderes. Und zwar mit Gino und Hauke mal wieder gezockt. Wir haben ja schon länger darüber geredet. Was müssen wir mal zusammen spielen. Und wir haben uns zuerst für Raft entschieden. Denn dort gibt es ein zweites Story-Kapitel. Leider mussten wir von vorne anfangen. Und der Grind, um das erste Kapitel fertig zu bekommen, ist eben genau der gleiche. Und es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Ich würde das zweite Kapitel gerne sehen. Aber das erste ist schon echt trocken. Weil wir haben das ja alle schon mal gespielt. Es kann also sein, dass es nicht weitergeht. Ja. Aber das wissen wir noch nicht genau. Es kam dann auch unterwegs alles so zurück. Und man musste wieder was zu tun. Und der Grind ist halt schon echt lange, bevor man überhaupt sich dann den Funkapparat bauen kann. Und das alles findet und so. So ein bisschen das Problem wie bei Seven Days to Die. Wir haben so oft den Anfang gespielt. Obwohl es ein geiles Spiel ist, will man nicht immer wieder den Anfang halt wiederholen. Weißt du? Ja. Seven Days to Die ist sogar noch ein bisschen cooler. Weil das ist immer zumindest eine random Welt. Ja. Bei Raft ist halt wirklich eins zu eins immer das Gleiche. Ach naja. Ja, also bei Raft ist ja auch random, wie die Inseln kommen, oder? Ja schon. Aber es ist schon sehr gleich. Es stimmt schon. Es ist immer Wasser und du sammelst immer die selben Ressourcen. Es stimmt schon, ja. Ja, trotzdem geiles Game. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es jetzt nicht das Game ist, was wir jetzt noch weiterzocken. War auf jeden Fall trotzdem mega nice, mit Gino und Hauke immer wieder zu spielen. Und wir werden diesen Sonntag weiterzocken. Und zwar werden wir als nächstes For The King spielen. Was ja ein Drei-Spieler-Koop ist, wo wir alle drei richtig Bock drauf haben. So, dann habe ich mir Obstsalat in der Pause gemacht. Und dann habe ich versucht, weiter einen Rekord zu jagen. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis wirklich zu dem einen Run, ey. Da habe ich mich ein bisschen mental zusammengebrochen, wo wir dann auf einmal das Spiel abgestürzt haben. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Es ist, wie es ist. Eventuell hat Leon heute einen Fix für mich gefunden. Ich habe nämlich, wir haben nämlich, wir konnten über das eine Mod, über die eine Mod, die Ram-Beschränkung ein bisschen erhöhen. Was ist das für ein Bild? Das weiß ich auch nicht. Also der Rechte könnte ich sein mit der Bondra-Jacke, oder? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Aber ich erinnere... Wer ist denn der Linke? Sieht aus so ein bisschen wie Hodor. Ah ne, da steht die besten Werbespots der 90er. Wir haben weiter Geschenke angeguckt und Spots dazu. Aber wer ist denn das? Weiß ich auch nicht. Haben wir noch ein Frame? Wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich viel weiter sein. Alter! Maggi-Suppe, sag ich nicht. Knorr-Werbung. Ah, das war diese Robin Hood-Werbung. Aha. Lego und Steven Spielberg Movie Maker Set. Okay, wer das hatte, der war ein Rich Kid. Ja, genau. Dachte ich nämlich auch. Weil dafür brauchst du ja noch einen PC. Was? Ja, weil du musst es ja anschließen mit Movie Maker dann schneiden. Was? Das heißt, das war Rich Kid. Also wer das als Kind hatte, der hat ausgesorgt. Game Boy Color. Kennst du die Dinger da unten? Nee. Mighty Max. Das sind so... Ah, da hast du die Werbung von gesehen. Das kannte ich gar nicht. Hab ich noch nie gesehen. Und ich dachte, ich kann es auch nicht. Und auf einmal habe ich mich wieder daran erinnert. Ey, das ist so krass, wenn du dich an etwas erinnerst, wo du niemals wieder daran gedacht hast. Seit 20 Jahren oder so. Mhm. Das ist so ein Nostalgie-Flashback. Deswegen mache ich es auch noch weiter. Die hatte irgendwie keiner bei mir. Ja, das war so ein ganz seltenes Ding irgendwie. So ganz abgefahren. Ein Kumpel von mir hatte diese... Da war ich immer so fasziniert von so eine... Boah, wie heißt denn das? So eine Zusammenbaubahn aus Plastik. Ja. Aber nicht Duplo oder Lego. Äh, so ein bisschen auch so in dem Style. So ein bisschen im Style. So creepy und mit Schleim und so ein bisschen so vom Design. Kenn ich nicht. Stracks. Bricks. Knacks. Stracks. Stracks. Warte mal kurz mal. Stracks. Google mal nicht. Ja, ja, ja. Das hört sich irgendwie... Stracks. Das könnte auch irgendwas Perverses sein. Können wir mal kurz vom... Aber Stracks-Bahn? Das ist es vielleicht. Stracks-Bahn? Äh... Ja, 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 ja. Das ist es. Ah, das kenn ich! Können wir mal rauf wieder. Das kenn ich auch. Das, genau. Das hatte da... Ja, krass. Da kann man richtig geile Bar mit bauen. Das war richtig krass. Ah, ja, ja, ja. Stimmt hier. Von Carrera ist das. Und dann mit so Elementen auch dazwischen. Ja. Mit sowas und so. Ja, ja, ja. Ein bisschen auch hier so mit Geistern und Monster waren das nämlich. Ja, krass. Das fand ich mega geil. Ey, das war ganz... Das war auch sick. Okay. Ja. Ja, dann ging es weiter und dann haben wir Rimworld gespielt. Wir haben... Gestern war eine geile Folge. Wir haben das erste Mal einen nuklearen Sprengkopf gezündet. Geil. War geil. Geil. Richtig geil. 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 Ja. Und das war die Woche. War sie? Ja. Ah, ja. Wir sind schon wieder... Geil. Geil. Was war das beste Geschenk, was du bekommen hast? Bei mir war es die Lego Ritterburg. Aha. Du hast also die Ritterburg und bezeichnest mich als Ritz-Kid. Ja, aber... Also erstmal. Ich hatte nur eine Ritterburg und nicht einen Bahnhof mit acht verschiedenen... Hatte ich auch nicht. Ich hatte nur einen Zug. Ja, und dein Bruder auch. Ja. Ja. Und wir hatten aber... Wir haben uns die ganzen Schienen halt gekauft, weil die so günstig waren. Ich musste aber Ritterburg teilen mit meinem Bruder, der noch nicht geboren war zu der Zeit. Ja, genau. Rich Kid, Alter. Ja, aber ich hatte nur die eine Burg und dann haben wir rausgefunden, dass meine Burg die Pleppburg war. Weil alle im Chat hatten geilere Burgen. Die hatten voll die krassen Burgen mit so Gespensterhöfen und Drachen. Und ich hatte so eine Mini-Burg. Aber ich fand die trotzdem geil. Aber Ritter-Legoburg ist für mich Top-Tier-Geschenk. Also war mir das Geilste einfach. Gut, okay. Lassen wir jetzt weitergehen. Komm. Wir sind echt gut in der Zeit. Komm, wir gehen mal auf bonnjwa.de slash Program. Und scrollen ganz nach unten. Gucken, was die Woche... Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Für mich ist die Woche sowieso keine richtige Woche, weil ich war halt bei meinen Eltern. Und das hat mich komplett rausgeworfen. Ja, es war eine ganz komische Woche. Ich kam auch wieder und hab erstmal gar nichts gecheckt. Ich kann doch nicht schätzen. Boah, ich weiß nicht. Oder wollen wir schätzen? Ja, das Schätzen. Also... Sie meint das jetzt schon, nee. Also ich hab halt die Tage vor Weihnachten viel gestreamt. Gestern auch. Aber ich war halt Donnerstag nicht da. Also Donnerstag habe ich über 12 Stunden gestreamt. Boah, okay. Und Jens hat auch gestreamt. Könnte eine 100-Stunden-Woche sein. Nee, nee, nee. Freitag komplett frei. Ich sage 100 Stunden. Nein. Ich sage... Stimmt. Freitag komplett frei. 95 maximal. Stimmt. Dann sogar 80 Stunden. 87 oder so. 82. 87. 82. Okay, Schnitt sage ich ist gesunken. Ist genau gleich. Auf 1 genau. Ich sage gesunken. Okay, lass gucken. Auf 100 genau. Auf 100 genau gleich. Oh mein Gott. Der Schnitt ist gestiegen. Und wie? Guck mal. Hä? Der Schnitt ist auf fast 2600. War der schon mal so hoch? Hä? Nein. Und wir hatten nicht mal Promo. Nee. Wir hatten keine Promo. Hä? Ist der höchste Schnitt? Schnitt, den wir 2020 hatten oder was? Außerhalb mit Promo-Tagen natürlich. Hier ist LAN. LAN zählt nicht. LAN zählt nicht. Ja. Das ist... Wir haben in der letzten Woche... Das ist der beste Schnitt, den wir jemals hatten außerhalb einer LAN. Loll. Inklusive Tagen, wo wir Promo hatten. Okay. Ja. Insane. 90 Stunden ist auch mehr als solide. Ich schaue nochmal. Ich kontrolliere meine These. Ja. Hier ist auch LAN. Ja. Das ist der beste Schnitt ever, obwohl wir keine Promo hatten. Ja. Aber war Weihnachtswoche, ne? 90 Stunden. Weihnachtswoche. So. Dann schauen wir mal die einzelnen Tage. Montag... Das ist der Peak von Mondra. Ich drehe mich jetzt fest. Das geht nicht krasser auch. Nee. Montag, kompletter Banger, 40.000. Dienstag, 43.000. Was? Mittwoch, 47.000. Wie bitte? Donnerstag, 41.000. Wie bitte? Ja. Samstag, über 20.000. Du hast Freitag vergessen. Donnerstag, Null. Freitag, Null, meine ich. Wie bitte? Ja. Und Sonntag, 39.000. Wie bitte? Wie lächerlich es einfach ist, dass der Sonntag schwächer ist als die Wochentage. Hä, Leute. Das ist aber auch jetzt Weihnachten gewesen, ne? Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle drei stärker als Sonntag. Mann, das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein. Leute. Das soll man machen. Ich spiel schon. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Lass mal. Aber ist doch fertig jetzt das Jahr. Ist doch perfekt. Ja, lass aber mal ein paar Wochen einfach irgendwas spielen, was keinen interessiert. EFT. Ja. Und WoW. WoW und EFT. Ja, komplett. Geil. Perfekt. Ja, also das ist Peak, aber ist auch gut, weil jetzt ist 2020 vorbei. Jetzt können wir uns gut verabschieden mit einem Peak und dann können wir neu starten, 2021, weißt du. Und wir vergleichen dann auch nicht mehr mit den letzten. Wir starten komplett neu im nächsten Jahr und gucken nur mit den Sachen aus. Lass mal eine Regel machen. Wir dürfen nächstes Jahr kein Spiel spielen, was wir dieses Jahr gespielt haben. Das ist die schlechteste Regel, die ich jemals gehört habe, glaube ich. Was würdest du dann spielen? Du würdest Fortnite spielen? Nee, nee, WoW. Hä? Du hast doch WoW gespielt. Ja, aber Classic. Ey, was ist denn das für eine Regel? Ja. Nee, das ist ja völliger Quatsch. Nein, da könnte ich kein Rimbled spielen. Nein, nein, nein. Kein FD. Nein. Nein, 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 nein. Machen Bond war Vibe. Bond war Vibe. Was würde ich denn dann spielen? Ich würde spielen. Ich würde spielen. Oh shit, danke für die Subs. Danke Wuschel. Dota 2. Lass mal Dota 2 spielen, das wird auch keiner sehen. Ey, weißt du, was ich spielen wollte letztens? Dein Handy diktieren. Was ich spielen wollte letztens? Wir machen Dota 2 für Harmo. Habe ich bei Marvin, äh, bei Maxim gesehen, Tower Defense. Tower Defense? Ja, da hätte ich voll Bock drauf. Ja, und für Sun Shadow machen wir auch Dota. Ich werde kein Dota spielen. Nee, Chat! Jetzt, äh, danke für die Subs, aber wir müssen, äh, Briefing durchbringen jetzt schnell. Dankeschön, Dankeschön für die Subs. Vielen, vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe halt am Mittwoch 2 Stunden lang Subs vorgelebt, 2300 am Stück. Jeden einzelnen. Das ist Quality Content. Das war Quality Content, ja. Ich war danach halt komplett im Arsch, ne? Das war anstrengender als normal streamen. Okay, dann, lassen wir hochscrollen. Genau, jetzt scrollen wir kurz hoch. Gucken wir aufs Programm von dieser Woche. Erstmal haben wir das an Events. Ähm, also, 31. Dezember, Niklas-Stream. Das hört sich jetzt aber auch spektakulär an. Das ist ein Silvester-Stream. Und ein Jahresrückblick. Ja, und ein Jahresrückblick, das ist Silvester-Stream. Können wir den mega-special Silvester-Stream nennen oder so? Bonner Survival Games, to be announced. Wahrscheinlich dann nicht mehr dieses Jahr, oder was? Äh, Bonner Achievement Show, 31. Januar. Mhm. Ja, da geht's nämlich, ähm, kunterbunt weiter. Dürfen wir das schon sagen? Ja. Keine Ahnung, steht hier. Er steht halt hier. Ist eh geleakt. Ist geleakt. So, hä, wie, 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 hä? Der passt ja gar nicht auf einen Bildschirm so voll ist der. Warte mal, ich mach mal. So. Stimmt, warum ist er länger geworden? Das ist länger als sonst. So. Ähm. Also, gleich ist 20 Uhr, dann macht Matteo weiter. Oh Mann, ey. Genau, eine Stunde quatschen wir. Oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Also eine Stunde quatschen wir, lesen keine Subs vor. Dann ab 21 Uhr starten wir in den freshen Vibe mit Leon, Dalukat und Trilux. Also wir starten alle bei Null. Oh, ist das geil. Und spielen unseren ersten Raid gemeinsam. Und ich glaube, das wird eine echte Katastrophe, weil zuviel ist immer mega Chaos. Und dann mit Tril noch und mir und Teamkill-Abend. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben schon, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da schreiben wir die ganze Zeit. Und da wurde schon gesagt, wir brauchen sowas wie eine Teamkill-Versicherung oder sowas. Also wenn einer einen abschießt, muss der irgendwie sein Inventar abgeben oder sowas. Weiß nicht. Ich kann nicht mitmachen. Es ist Vierer-Cap erstmal als Gruppe. Ja. Und dann mach ich heute Sport. Ja. Und dann sollen... Mach... Ne. Ne, ne, ne. Ja, außerdem, du kannst ja von mir aus ahmen. Wir haben... Ah ne, hast schon... Ne, warte mal. Ich... Leute, wisst ihr, was ich überlegt hab? Bupp. Ähm... Hier, das ist ein neues, gutes Spiel rausgekommen. Das ist ein Geheimtipp. Können wir mal testen. Ne? Echt? Ähm... Hier, Diablo Immortal ist neu rausgekommen. Hm. Halt die da vorne. Mhm. Das klingt geil. Bupp. Meinst du, spielt irgendjemand von euch Diablo Immortal? Also... For real. Kann man... Ist doch voll cool, oder nicht? Hä? Was? Der zeigt nur Alpha? Leute, habt ihr keine Telefone, oder was? Ja. So, genau, dann... Und dann ab 0 Uhr gibt's nochmal EFT ohne uns mit Leon und mit Sina. Also dann löst sich die Vierertruppe auf. Bupp. Und Leon wird mit Sina spielen. Ich weiß aber nicht genau, was sie geplant haben. Also... Wahrscheinlich auch... Schießen. Sorry, aber Mobile Games sind für Loser? Okay, wir sind die Boomer. Wir werden die Boomer. Ich sag euch. Alle spielen das Mobile Games. Und wir werden abgehängt. So wie bei TikTok. Was meinst du mit werden? Das ist der krasseste... Wir haben den krassesten Boomer-Channel auf Twitch. Ja! Sag ich doch! Wir sind die Boomer. Lass uns umnennen in Boomschwa. Boomschwa? Ja. Okay. Boomschwa. Das ist gut. Hey, du kannst eben aktualisieren. Habe die Events angepasst. Boomer-TV könnte man auch heißen. Ey, das würde ich gucken. Boomer-TV wäre ein geiler Titel, ein Name eigentlich. Und dann gibt es immer so Samstags so Bingo. So Bingo-Abend mit dem Chat. Oh, ja. Das wäre eigentlich geil. Hä? Und hier irgendwie... Hier, ein bisschen Skat. Eine Skat-Runde. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann... Wir machen... Wir haben dann so Sponsoren für Rheumasalbe und für Hämorrhoiden und so. Oh. Und für so Gehstöcke. Ja, und für Matratzen. Für Matratzen für... Die sich von selber wenden. Nee, für Betten, wo man dringend geflickt werden kann. Ja, ja, genau. Das wäre geil. Oh, ja. Das wäre richtig geil. Alter, Boomer-TV. Let's go. Guck mal, das ist eine komplett neue Nische. Das gibt's auf Twitch gar nicht. Hier, und dann werden wir noch... Wir holen uns noch hier als neue Streamerin Carmen Goclin. Wer ist das? Die macht den Lach-Kalender. Alter, die wäre so heftig. Guck mal. Die macht dann immer unsere Intros. Ja. Das 24. Türchen meines Lach-Adventskalenders. Tür auf. Und dahinter ist das Rund um den Weihnachtsbaumlachen. Das ist eine Marklücke. Das geht richtig ab. Ich sag's dir. Ey, ich hab... Ich hab selten Angst. Aber vor der Frau hab ich Angst. Also ich weiß nicht warum, aber ich hab Angst. Hä, was? Oder Respekt. Sagen wir Respekt. Na gut. 31. Dezember. Der ultimative, sensationelle, einzigarte, unvergessliche Atemraum. Von der faszinierenden, übertriebenen Silvester. Das ist übrigens Niklas. Geil. Okay, danke. Sehr, sehr gut. So, dann, ähm, Dienstag. Da seht ihr erstmal viel Grau. Denn da wird hier renoviert. Achso, hier. Bondra Survival Games gibt's am 1. Januar. Das ist Leon's Team am 1. Januar. Ach. Krass. Oha, das ist ja diese Woche. Das ist ja... Was? Das ist ja... Krass. Oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Freitag. Ja, ja. Also, Chat Survival Games. Look at it. Äh, so, äh, Dienstag. Warum ist da frei, Niklas? Weil hier renoviert wird, Matteo. Also, wird hier renoviert. Gemalt, gehämmert. Genau. Erst gehämmert, dann gemalt. Hier wird alles neu. Hier ist doch alles stark beklebt. Sieht richtig krass aus. Wie in so einem Dexter Room. Äh, um 20 Uhr komm ich dann. Aber das ist nicht sicher. Also, ab 21 Uhr safe. Aber es kann sein, dass ich ein bisschen später... äh, den Stream starten kann. Das kommt darauf an, wie hier der Progress ist. Aber rechnet mal mit 20 Uhr. Spätestens 21 Uhr. Genau. Danach gibt's wieder, ähm, Among Us mit dem Proximity Chat. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir hatten letztes Mal Probleme. Weiß nicht. Ähm, wir gucken einfach mal. Wenn's nicht funktioniert, spielen wir normale Runden. Dann ab 0 Uhr kommt Leon. Äh, da steht noch nicht drin, was er machen wird. Vielleicht macht er einen eigenen Lachkalender oder so. Ich weiß nicht. Dann Mittwoch. Genau. Mittwoch stream ich. Ähm, ich werde auf jeden Fall, äh, auch nicht vor 16 Uhr streamen. Ähm, und es wird vermutlich der letzte Tag sein, in dem ich versuchen kann, den Minecraft-Speedrun-Rekord von Leon zu schlagen. Theoretisch? Donnerstag eventuell auch nochmal. Donnerstag. Ja, genau. Wollte ich grad sagen. Würde noch gehen. Ja. Es würde noch gehen. So, wir spielen aber diese Woche nochmal einen Zieter-Woche. Und den ziehen wir jetzt! Fuck. Ich bin unvorbereitet. Ziehen wir jetzt? So, jetzt Ausrufezeichen Seed um, damit ihr der Seed der Woche seid. Vielleicht. Jetzt. Wer möchte der Seed der Woche sein? Diese Woche. Beim Minecraft-Battle zwischen Leon und mir. Ja. Jetzt habt ihr die Chance. Der aktuelle Seed war Ketzer. Letzte Woche. Steht auch immer wieder. Äh, Ausrufezeichen Seed. Ähm, ähm, so. Ich zähl jetzt runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Zu. Zu. Gewinner ist? Zu. So, Seed der Woche ist Bleepsmeat. 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 Herzlichen Glückwunsch, Bleepsmeat. Du. Das klingt wie Piezmeat. Ja, aber anders. Bleepsmeat. Ja. GZ Bleepsmeat. So, ich muss das mal kurz direkt aktualisieren. Seed der Woche ist also jetzt, äh, Bleepsmeat. 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 So, genau. So. Genau, das ist am Mittwoch dann. Also Niklas wird vorlegen und Leon wird versuchen zu überbieten danach. Ab 20 Uhr komme ich dann wieder, wir quatschen wieder und gucken, was es Neues im Internet gibt. Dann habe ich eine Stunde freigelassen, weil ich wollte wieder der dümmste Streamer Deutschlands machen, aber ich will das ein bisschen später anlegen. Kann auch sein, dass wir so um 21.30 Uhr starten. Dann gibt es der dümmste Streamer Deutschlands. Das ist ja letzte Woche ausgefallen, weil ich da zwei Stunden lang Subs vorgelesen habe. Das ist einfach, ich spiele Wer wird Millionär ohne Donny. Wann Donny dabei sein wird, weiß ich noch nicht. Da muss er sich mal melden. Der ist ausgelastet, wie es scheint. So, dann habe ich danach eine Stunde freigelassen. Das könnte sein, dass das Format dann länger geht. Das geht dann wahrscheinlich bis Null. Dann kommt Leon um 0 Uhr. Da versucht er dann den Seed der Woche zurückzugewinnen, falls Niklas vorgelegt hat. Und ab 2 bis 3 Uhr ist nochmal offen. Weiß aber nicht, was passiert. Ja, wenn ich weiß, was der Seed der Woche ist, ich erkläre es einmal. Also Minecraft, wenn man eine Map generiert, dann kann man entweder freilassen, dann wird sie völlig zufällig generiert, oder man gibt beim Seed irgendeine Zeichen oder eine Zeichenreihenfolge an, irgendwelche Zeichen, und dann wird der gleiche Seed generiert. Und das machen Leon und ich seit vier Runden. steht aktuell 1 zu 3 für Leon, also 1 zu 3 aus meiner. 3 zu 1 für Leon. Genau, 3 zu 1 für Leon. Und wir spielen immer gegeneinander. Jeder hat zwei Stunden Zeit und die bessere Zeit gewinnt. Also ich spiele genau dieselbe Map. Zwei Stunden Zeit, um sie zu bezwingen. Wenn man sie nicht bezwingt, dann kann man höchstens noch unentschieden, wenn der andere sie auch nicht bezwingt in zwei Stunden. Das sind die Regeln. Yes. Dann Donnerstag. Donnerstag ist Silvester und ich werde streamen, weil das soll man sonst machen. Habe ich überlegt. So, und es wird die letzte Möglichkeit sein, Leon zu schlagen dieses Jahr. Ähm, ja, Punkt. Ich werde auf keinen Fall vor 18 Uhr streamen. So, und dann gibt's aber Safe. Ähm, von 22 bis 24 Uhr machen wir einen Jahresrückblick. Unter anderem haben wir dort ein zusammengeschnittenes Video von Yannick. Äh, also den offiziellen Bonjois-Jahresrückblick in Videoform. Und wir werden's natürlich auch noch andere, wir werden's Top-Clips ansehen. Wir werden mal gucken, was wir noch so finden. Ein bisschen, ähm, überlegen, was dieses Jahr passiert ist gemeinsam. Und, äh, zusammen chillen hier. Vielleicht mach ich mir davor auch schon was zu essen. Ich weiß aber nicht, was ich an Silvester essen soll. Kein Raclette. Ne, Raclette und Faudu hat mir auch überhaupt nicht geschmeckt diesen Heiligabend. Ich fand's gut, wir haben's gegessen, aber ich hab's bereut. Ich mein, ich bin Käsekuchener. Ich will irgendwie was, was Simples irgendwie. Irgendwie Pfannkuchen oder so. Kann man sich Silvester Pfannkuchen machen? Ja. Ist schon Bock drauf. Aber herzhaft oder süß? Beides. Ich denk gut. Kann ich Pfannkuchen machen? Selbstgemachte Pizza? Hab Bock auf Pfannkuchen irgendwie. Müsli wird hier vorgeschlagen. Ja. Kartoffelsalat. Ich mach vielleicht Pfannkuchen. Oh, vielleicht kaufe ich auch Berliner bei Elena. Ja. So. Auf jeden Fall machen wir einen Silvester-Stream. Weil, ja, was soll... Dieses Jahr können wir eh nix machen. Ist ja Corona. Deswegen hab ich gedacht, so alle, die jetzt zuhause eh am rumstehen sind, dann können die zumindest einen Abend mit mir verbringen. Freitag? Genau. Freitag kommt Leon. Neujahr. Ja, genau. Das ist Neujahr. 16 Uhr. Sehr sportlich, finde ich, fürs Neujahr. Dann starten um 17 Uhr bis 19 Uhr die Bonjo Survival Games. Das wird Minecraft Hunger Games in die Richtung gehen, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Also alle auf einer Map gegeneinander. Und dann gibt es aber so kleiner werdende Zirkel wie bei PUBG. Und der letzte Überlebende ist der coolste. Weiß nicht, ob er was gewinnt. Dann ab 19 Uhr bis 21 Uhr ist auch Leon eingetragen, aber noch kein Programm drin. 24 Leute können aus der Community mitspielen, schreibt Leon. 24? Okay. Ja, dann Samstag gibt es wieder den nächsten Shadowlands Lore Talk von Maurice. Yes. Geballte Expertise auf dem Gebiet WoW. So, am Sonntag werde ich dann die nächste Gaming Session mit Hauke und Gino vorantreiben. Und zwar werden wir dieses Mal For The King spielen, von 12 bis 15 Uhr. Das ist ein Dragon-like-Adventure-RPG-Game im Dreier-Koop. Das zocken wir dort. Und danach habe ich dann noch eine Stunde frei. Keine Ahnung. Vielleicht rede ich da einfach ein bisschen mit euch. Vielleicht gucken wir was. Weiß noch nicht. So, genau. Dann wird Andi zwischen Matteo und mir stream diesen Sonntag. 16 bis 20 Uhr. Da steht noch nicht fest, was er macht. Hat nichts mit D&D zu tun. Hat nicht? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich dachte, das ist ein bisschen Dungeons & Dragons-like irgendwie. Aber dann vielleicht nicht. For The King ist nice, aber drei Stunden sind dafür zu wenig. Ja, Knetpistole, chill mal. Ja. Jetzt spielen wir es erstmal an und gucken wir, ob es überhaupt den anderen Spaß macht. Ja. Ja, aber das ist Neujahr. Leute, im Neujahr werde ich auf jeden Fall, also spätestens, also ich, ne, werde ich nicht mehr so Minecraft ballern, weil, vielleicht ab und zu, aber auf jeden Fall nicht mehr so viel, weil entweder es klappt jetzt oder Leon ist einfach der bessere Spieler dann. So. Oder ich schaff's noch und ich bin der bessere Spieler. Kann noch wirklich passieren. Du hattest ja schon. Ich mein, ich war ja schon knapp davor. So. Ähm. Es wird sich auf jeden Fall entscheiden. Dieses Jahr wird sich entscheiden, wer der beste Gamer ist. Offiziell. Richtig. Dann 20 Uhr komm ich. Zumindest in diesem Jahr. Zumindest in diesem Jahr. 20 Uhr komm ich, Stunde wird gequatscht und geguckt, was so im Internet los ist und dann gibt's wieder Trimworld. вроде. Und das ist die Woche bei Borgschwa. Borgschwa. BoomerTV. BoomerTV. Lass umnennen. Ich sag's dir, das können die Leute auch leichter merken als BoomerTV. Ey, BoomerTV wär richtig gut. Ja, wir hätten auch so geile Shirts mit so alten Männern drauf. Das wär geil. Das wär richtig nice. Ja, wär echt davor dabei. Können wir es mal testen. Wir können einfach für ein halbes Jahr in BoomerTV umnennen. Wie das? Können wir mal fragen. Komplett umbranden. Die ganzen Partner sagen dann, ja geil, Boomer TV, das ist unsere Zielgruppe. Ja, voll die gute Idee. Let's go. Oder wir machen einen Zweitkanal Boomer TV und da wird immer nur so vormittags gestreamt. Und wir streamen nur so alte Leute-Content. Man darf nur Spiele spielen, die älter als 30 Jahre sind. 30 Jahre? Ja, Pong. Pong, älter als 30 Jahre. Safe Call. Space Invaders? Was noch für Spiele, die älter als 30 Jahre sind? Da gibt's einige, oder? Lass mal sagen, älter als 15 Jahre. Das ist ja alles. Was ist das denn? Sag mal eins. Guck mal, 2005. Alle Spiele davor. Sag mal eins. Starcraft 1. Crisis. Halo 1. Crisis ist nicht 2005. Ich weiß es später. Stimmt, 2007 war Crisis, glaube ich. Trotzdem, Halo 1. Ja, aber das ist doch Boomer TV. Command & Conquer. Ja, ist doch alles voll. Ja, aber dann sind wir auch schon Boomer TV. Ja, sind wir doch. Spielen wir doch alle. Von Mann ist FDL. Von Mann ist FDL. Kann ich FDL spielen? Nee, kannst du auf keinen Fall. Ist es neu? Workshop 3 geht auch nicht, weil es gibt nur Workshop 3 wie Forge. Age of Empires. Age of Empires würde gehen. Diablo 2. Geil. Okay, muss ich sagen, 18 Jahre. Ja. Welches Spiel ist älter als 18 Jahre? Ähm, Monkey Island? Welches Jahr? Älter als 2. FDL ist von 2012. Alter, das ist ja komplett neu. Lemminge. Oh, wir können C64-Games spielen. Super. Stimmt, alle C64-Games. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich mag kein Boomer TV. Ich auch nicht. Ich mag nur Boomer TV, wenn ich den ganzen Tag Skat spielen kann. Und wenn ich irgendwie so meckern kann die ganze Zeit. Ja, Merkel, was die ja wieder macht. Hä, nein, die Boomer, die meckern doch nicht über Merkel, oder? Hä, klar, die meckern über alles. Ja, wieder, äh, die Impfungen sind da und als erstes erst mal eine 100-Jährige geimpft. War ja klar, nur wieder für die Medienaufmerksamkeit. Aber ist es nicht schlau, erst die Alten zu impfen, um zu gucken, ob sie... Nee, das machen die nur für die Medienaufmerksamkeit. Stimmt. Gut, äh, dann war es das mit dem Programm. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei uns im Shop vorbeischauen. Da gibt's, äh, auch, äh, coole Sachen. Wir haben einen neuen Hoodie, so ein Zip-Hoodie. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den gönnen. Sieht man jetzt gerade nicht, aber wir haben den auf jeden Fall, ich schwöre es euch, der ist auf jeden Fall da. Hier ist er. So, hier ist, äh, Maurice. Könnt ihr euch gerne noch bestellen, falls ihr Bock habt. Passt perfekt in die frische Jahreszeit. Ziehe ich auch gerade an. Mit drei Jacken übrigens nochmal drüber. So, gut. Dann war es das jetzt mit dem Briefing-Konfiguration. Was? Ja, ja, ja. Okay, Fragen noch. Und wir machen jetzt Subs und Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte addbonjoa taggen. Alter, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt wieder 30.000 Stunden rein-subt, ne? Dann werde ich... Du triggerst die ja. Nein, ich, na... Doch. Das hat, genau so hat es angefangen. Dann hat es nicht mehr aufgehört. Okay, sorry, Chad. Ich will zum Sport, bitte. So, es geht los. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Addbonjoa taggen. Jetzt bitte Fragen stellen. Bravo. Jetzt steht doch mal. So. Vor zwei Stunden hat gesuppt. Riper X für sieben Monate schreibt. Warum machst du eigentlich das Minecraft-Overlay mit den Koordinaten nicht kleiner? Das dauert oft offen. Weil ich da nicht so viel vom Spiel sehe. Auch wenn es kleiner ist. Konvutzius 3... Außerdem sieht das Kacke aus. Wenn Leute in Stream schalten, sollen ja auch ein bisschen normal nur Minecraft sein. Konvutzius, das 3-Euro-Trinker da, schreibt, ich glaube, es war Maurice, der den Sub-Badge für T2 und Tier 3 farblich geändert hat. Mir gefällt das sehr gut. Und das ist der einzige Grund, warum ich diesen Monat geupgradet habe. Ich wünsche dir, Niklas, viel Glück bei den Runs und gutes Gelingen. NJs für 10 Monate gesuppt. Sergeant Weasel für 35. Not Human TV für 4 Monate gesuppt. Schreibt, können wir 2021 bitte einen Lach-Kalender von Niklas haben? Mach mal. Das ist bestimmt voll einfach. Man muss ja jeden Tag nur einmal lachen. Aber so anders. Ja. Lach mal den ganzen Tag anders. Hä, ist voll einfach. Das ist super kreative Arbeit. Was? Ich mache das... Okay, ich mache es heute. Okay. Ikoda LP für 7 Monate. Tülka für 49. Black Eagle für 26. Schreibt, wer hat eigentlich die 30,80 gewonnen? Ähm, Leon. Jay the Freaks hat neu gesuppt. Willkommen. Der Dennis für 5 Monate schreibt, wie war die goldene Regel von Niklas 2017? Bist du in der Ladder of der Sieger? Winkt ein Platz in der Großmeisterliga. Habe ich nie gesagt. Du schaffst das, Niklas. Slice für 2 Monate. Keen für 27 Monate. Pappstumpf für 50 Monate. Schreibt, 50 schon. Keinen Monat davon bereut. Bitte bleibt dabei, euch zu der besten Version eurer selbst zu entwickeln. Hermini für 15 Monate. Oroida für 5 Monate. Mäppel für 34. Schreibt, bup. Fairbit für 32 Monate. Schreibt, boah, schon 25 Monate. Hä? Achso, eine 2 hoch 5 Monate. Äh, Joni Kalypse für 25 Monate. Schreibt, habe den neuen Bond-Wahudi von meiner Freundin zu Weihnachten bekommen. Bester Tag in meinem Leben. Äh, Fuppel für 3 Monate. Schreibt, ja, hi. Belami für 13. Schreibt, ich liebe sie, Matteo. Dropkick für 5 Monate. Yourselfish für 5 Monate. Wuschel ballert 7 Subs in den Chat hinein. Desi ballert 5 Subs in den Chat hinein. EverytimeTE ballert 5 Subs in den Chat hinein. Wonne für 13 Monate. Schreibt, jetzt aber schnell. Anonymous hat 5 Subs in den Chat hinein. Ge-jallert. Nash Kevin für 2 Monate. Schreibt, bup. SF Shipsi hat 5 Subs in den Chat hinein. Geballert. Mao Shutura. 5 Subs in den Chat hinein. Geballert. Sternhage voll. Für 5, äh, hat auch 5 Subs in den Chat hinein. Geballert. Crumble It. Für 39 Monate. Schreibt, wuhu. Ichigu für 2 Monate. Schreibt, eine Nachricht senden. Mr. Winkel für 2 Monate. Schreck. Fünf Subs in den Chat hinein. Geballert. Cyber Invader für 6 Monate. Schreibt auf 6 weitere geile Monate. Auf ins neue Jahr. PS. Der Rucksack ist richtig geil. Wonne hat nochmal 5 Subs in den Chat. Reingeballert. Confucius hat einen Sub verschenkt an Forcen. Chaos Grid mit Tier 3 für 27 Monate. Nur ich mehr nicht. Hat neu gesuppt. Willkommen. Solala für 31 Monate. Cyber Arthur für 9 Monate. Albel ist 25 Euro dickes Trinkgeld da. Kuhreigen für 27 Monate. Tepper. 5 Subs reingeballert. AW102 483. 5 Subs in den Chat reingeballert. Unreal Reaction. 10 Subs in den Chat reingeballert. Zimtbrot für 10 Monate. Lex für 19. Schreibt, was machen Sachen? Meiersen für 7 Monate. Schreibt bliblablub. Lacker. 5 Subs in den Chat reingeballert. RAKP. 5 Subs in den Chat reingeballert. RAKARIM. 5 Subs in den Chat reingeballert. Was ist hier los? Rüssel für 23 Monate. Dark Soldier für 38 Monate. IM Stefan für 24 Monate. Chaos Grid. 5 Subs in den Chat reingeballert. David für 25 Monate. Schreibt, hey ho. Der Dr. Bledam für 17 Monate. Schreibt, ich mag Matteo. ORFELS für 24 Monate. Bernie für 31 Monate. Schreibt, wer ist hier der 31er? Hardy Reddy für 33 Monate. Schreibt, respect to the man in the ice cream van. JIGGA JIGGA. Cyber Affe für 5 Subs in den Chat reingeballert. CRAYDAY 23 Monate. Schreibt, oh boy. Silvester Megastream mit Niklas. AVRAIL für 49 Monate. Schreibt, guten Rutsch, kleiner 3. Mr. Knister für 15 Monate. Schreibt, wow. Ich darf fast, ich darf fast Bier trinken. Nebula für 20 Monate. Schreibt, bup. MEGA ZEPHIROT für 39 Monate. Schreibt, bup. JASKRIS hat 5 Subs in den Chat reingeballert. JEAN WANDA 5 Subs in den Chat reingeballert. CLAIM für 37 Monate. Schreibt, hallo. NIKO hat 5 Subs in den Chat reingeballert. Und GONKU THE CLOWN hat einen Sub verschenkt an PB BEAT. Bravo. Gut gemacht. Danke, Leute. Gut gesappt, gut gelesen. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Wie, es ist 7.433. Was ist unser Peak? Ich glaube, außerhalb von LANs ist es der aktuelle Peak. Auf jeden Fall. Innerhalb von der LAN hatten wir, glaube ich mal, der Chat meinte irgendwie fast 8.000. Fast 8.000? Oder, ich bin mir nicht ganz sicher, da müssen wir Maurice mal fragen. Ich weiß es nicht genau. Heftig, Alter. Da werden schon mal 10.000 Subpoints. Ja, Subpoints. Aber das ist ja, da kriegt man ja mehr. Ja. Ja, 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 ja. Heftig. Dann starten wir mit den Fragen. Es ist auf jeden Fall Peak, Leute. Also Peak außerhalb einer LAN. Ja, ja. Krass. Nimmt ihr dann eine Heizdecke mit in den Shop auf? Wäre gut. Für Boomer TV auf jeden Fall. Für Boomer TV auf jeden Fall. So eine Rheuma-Decke. Was kostet ein Döner im Durchschnitt in Hamburg? Ich glaube, 5 Euro, oder? Man würde schon eher 6 sagen. Normaler Döner? Im Schnitt? Ich habe noch nie einen. Wo denn? Überall. Gut. Gott, der im Superhero sagt. 5 bis 6. Kannst du mich bitte wieder VIP machen, Matteo? Gott, der im Superhero. Du hast den verdient, weil du damals bewiesen hast, dass ich Genichiro besiegt habe. Wir drehen mal später am VIP-Rad. Vielleicht wirst du VIP. Vielleicht bannen wir dich aber auch. Man weiß es nicht. Aber auch der 5 bis 6 Euro Döner ist ein richtiger Scheiß. Hier wird gesagt, ich glaube, Niklas will gar nicht wirklich zum Sport. Das ist keine Frage. Stimmt. Aber es ist jetzt so. Heute war es eigentlich nur eine Idee, dass ich Sportzeug mitnehme. Aber dann hat Tamu erzählt, dass morgen renoviert wird. Und das heißt, ich muss jetzt zum Sport. Weil morgen habe ich frei. Wenn ich jetzt nicht zum Sport gehen würde, würde ich mich morgen den ganzen Tag schlecht fühlen. Ist wirklich so. Denk an deinen Morgen. Morgen ist ich. Ja, genau. An den musst du denken. Weil ich habe frei. Das heißt, ich muss nicht streamen. Das heißt, ich kann meinen Körper heute zerstören. Richtig. Morgen regenerieren. Ja. Und Mittwoch weiter streamen. Yes. Und ich habe diesen Dezember 5 Kilo zugenommen. Das habe ich auch geschafft. Locker. Ich war ja bei unter 80, als ich dieses Fasten gemacht habe. Ich bin jetzt easy bei 87 wieder. Aber wir trainieren, Niklas. Wir werden Tiere. Nein, wir werden Fettis. Ein Tiere. Nein, wir werden Fettis. Look at this. Mann, ich kann jetzt. Ich kann nicht mehr anspannen. Aber ich doch, ich kann es doch. Ich plädiere dafür, dass wir Niklas Programm in Mental Breakdown umbenennen. Warum? Wen benennen wir um? Dein Programm in Mental Breakdown. Weil du immer so zusammenbrichst bei Minecraft. Ja, aber dann würde man denken, was ist Mental da sitzt. Ja. Wann kommt das M in die Haare? Was für ein M? T-Shirts im Winter. Ja, nein. Ja. Drinnen schon. Ich finde T-Shirts sind eigentlich geil. Ich liebe T-Shirts. Ja. Ja. Dann überstrollen wir die ganzen Subs. Überstrollen diese Frage. Das überlese ich auch. Hä? Was? Ja, hier. Guck mal. Soll ich dir was vorlesen? Wo denn? Hier, der hier, wo ich drauf bin. Soll ich das lesen? Nein. Nee. Das ist nur Triggern. Einfach direkt Bann. Ja. Was bleibt euch bei einem Sub circa über? Dürfen wir nicht drüber reden? Das ist vertraglich so festgelegt. Dürfen wir nicht sagen. Kann man Maurice mitbestellen? Müsst ihr Maurice mal fragen? Ich denke schon. Aber halt nur der Erste, der bestellt. Matteo, wirst du das neue Among Us Game auschecken? Ist es das, was Dalu gespielt hat? Dieses Betrayal.io oder so? Das habe ich mir angesehen. Das sieht ganz schön aus. Aber da fehlen mir so ein paar Sachen. Aber es könnte sein, dass wir uns mal antesten mit der Runde. Wie zufrieden seid ihr derzeit als Vollzeit-Streamer? Sehr. Was war die Frage? Wie zufrieden seid ihr derzeit als Vollzeit-Streamer? Also ich muss sagen, dieses Jahr habe ich zu einer inneren Zufriedenheit, was diesen Beruf angeht, gefunden. Dass ich jetzt gerade in diesem Moment sagen kann, dass ich mir gerade nicht vorstellen könnte, irgendwas anderes zu machen. Same bei mir. Ich habe mir oft schon darüber nachgedacht, welcher Job noch mich so erfüllen würde. Keiner. Also ich könnte, glaube ich, ganz viel anderes machen. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich am allerliebsten mache. Ja. Bei mir auch mit Abstand. Ohne Scheiß. Wollt ihr mal VR-Games zocken? Haben wir ein paar Mal schon gemacht. Resident Evil. Aber das halte ich nicht aus. Ich bin zu alt. E-Taber. Boomer ist Boomer-TV. Ja, und ich finde VR-Games zum Zusehen auch auf lange Sicht anstrengend. Das ist wie mit TikTok. Das ist nichts mehr für uns, Leute. Das ist nichts mehr für uns. Dann. Für Boomer-TV braucht ihr keinen Merch. Habt schon eine Tasse und eine Schürze mit alten Männern gesehen. Danke dir. Wie hört ihr den In-Game-Sound, wenn ihr kein Headset aufhabt? Hier sind Boxen. Wir hören, wir können das hier einstellen, dass wir den Sound von den Rechnen auf den Boxen hören. Das ist Magie. Das ist Magie, genau. Das wird in unsere Ohren. Wann kommt der Sekiro-Run gegen Donnies Gegner? Du meinst gegen den Endboss, den Donnie gelegt hat? Irgendwann im nächsten Jahr. Aber ich hetze mich da jetzt nicht. Ich hab da nicht so Bock drauf. Ich will lieber Dark Souls No-Death-Run machen. Wann gibt es wieder Flight Simulator? Dark Souls No-Death-Run? Ja, find ich voll geil. Schaffst du nie im Leben? Bist durch. Schaffst du nicht. Schaff ich auch nicht. Aber bist Ornstein und 2. Alter, was ist das denn für eine Einstellung? Ich muss sagen, klar schaff ich das, Trainer. Ich will's ja gar nicht. Hä? Nee, ich will nur Donnie besiegen. Ich will nur Donnie. Wir machen ja ein No-Death-Race. Wann gibt es wieder Flight Sim? Nicht geplant. Irgendwann mal, vielleicht, wenn es keine Spiele mehr gibt, die Spaß machen. Aber Flight Sim ist schon ein geiles Game. Mehr so zum Chillen. Dann, wann kommt die Hoodie-Hose? Wir hatten mal die Jogging-Hose. Gibt erstmal eine Windel. Erstmal gibt es erwachsenen Windeln, Chat. Und dann überlegen wir, ob es vielleicht wieder Hosen gibt. Müsst ihr euch gedulden. Matteo, du hast Pokémon nicht aktiv erlebt. Holst du es mal nach? Ich habe mal Pokémon Sword and Shield gespielt und war nicht so meins. Und ich glaube, man muss in Pokémon aufgewachsen sein, um das richtig geil zu finden. Bist du, was ich meine? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hast du Pokémon gespielt? Ja, Gameboy-Version habe ich gespielt. Und war geil? Auf Nintendo 64. War geil damals. Aber mittlerweile finde ich Pokémon auch nicht mehr geil. Eigentlich nachdem... Also, das gibt nur die 151. Danach war eigentlich vorbei mit Pokémon. Das war kein Pokémon mehr für mich. Damit gefragt, hast du heute eine richtige Hose an, Matteo? Ja. Ausnahmsweise mal. Wieso nutzt ihr nicht mehr das Mental-Intro, was sonst immer abgespielt wurde? Wegen DMCA. Das wurde abgeschafft. Und heute hatte ich ein Meeting mit Andi. Und wir beginnen, also Andi beginnt, das neue Intro zusammenzuschrauben. Wird aber noch dauern, weil... Boah, ich habe am ersten Weihnachtstag den alten Star Wars geguckt. Im Fernsehen. Bei meinen Eltern. Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, ja. Alter, wie scheiße sieht denn dieser Film aus? Also, die ganzen Special Effects und so. Wie krass, ey. Ich habe den so lange nicht geguckt. Warte, welchen, welchen? Rückkehr der Jedi-Ritter. Teil 6. Ja, gut. Das war... Der ist aus den 70ern. Nee, nee, nee. Ist er nicht. Der ist aus den 80ern. Ist er auch nicht. 90er. Rückkehr der Jedi-Ritter. Das war der erste mit richtig Special Effects. Der ist doch nicht aus den 90ern. Was sind 90er für dich? Ab 90. Nein. Never war der 90er. Der erste war 70 irgendwas. Rückkehr der Jedi-Ritter? Ja, Safe Call. Rückkehr... Ach, ich sollte mehr Döner wetten. Rückkehr... Guck mal, der ist 1983. Niklas, der Film ist älter als du. 1983? Der Film ist älter als ich. Hä? Dafür hat er krasse Effekte. Mit den krassen... Er war heftig damals. Er war komplett insane. Hä? Dann war der ja richtig krass. Ja, komplett krass. Aber heute ist ja richtig scheiße aus. Ja, aber guck mal. Also weißt du, was schlecht gealtert ist? Episode 1, 2 und 3. Ja? Die haben einen Scheiß-Special-Effekt. Sorry. Sorry, Chad. Aber nach Episode 4, 5 und 6 Star Wars auch vorbei. Danach ist für mich kein Star Wars mehr. Außer Mandalorian. Mandalorianer ist gut. Der ist wirklich gut. Habe ich auch geguckt. Habe ich jetzt durch. Habe ich auch durch. Wirklich. Aber ich muss sagen, es gibt eine Schwäche in dem Film. Ja. Sag du mal welche? Nee, sag du erst. Vielleicht... Meinst du, der Film die gleiche? Ich finde, der Schauspieler von dem Böseweg passt überhaupt nicht. Ist ein sehr guter Schauspieler. Du meinst ja von Breaking Bad. Ist ein sehr guter Schauspieler. Aber der passt leider überhaupt nicht für diese Rolle. Ja. Gar nicht. Ja. Das ist komplett Falschbesetzung, meiner Meinung nach. Also ich finde auch, der passt nicht. Weil ich finde, der ist nicht Star Wars-Universum. Gar nicht. Null. Das ist wie, als wenn einer aus der echten Welt im Star Wars mitspielt. Der passt absolut. Nee. Aber trotzdem noch besser als Episode 1 und 2. So, dann... Ich liebe den Schauspieler. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn auch richtig geil. Aber es ist leider absolut nicht seine Rolle. Ja, ja, ja. Bill Burr. Ja, Bill Burr ist auch strange. Aber nur wenn man weiß, dass er Bill Burr ist. Wenn man Bill Burr nicht kennt, dann denkt man da glaube ich gar nicht drüber nach. Aber weißt du, Bill Burr kennst du, ne? Ich weiß nicht. Das ist der Comedian. Und der spielt auch da mit in der Serie. Boah, das weiß ich nicht. Und das ist der mit der Glatze und mit dem roten Bart. Ach, der. Ja, aber den kenne ich, aber ich fand, der geht klar. Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn man nicht weiß, wer Bill Burr spielt, denkt man, ja, ist cool. Aber ich kenne ihn sogar. Das ist doch auch... Hier, ist das nicht derselbe wie in... Wie halt das... Der Zombie kommt in den Film. Nee. Du verwechselst sie gerade. Du verwechselst gerade... Die verwechselst gerade. Sieht halt aber auch rot. Der ist auch ein Irre, oder nicht? Nee, der ist nicht mal Irre. Okay, jetzt lehnt es sich ganz schön weit aus dem Fenster. Ist der nur Comedian, oder? Ach so, so sieht der auch aus. Okay. Boah, geil. Hier ist ein guter Kommentar. Sefahot sagt, hast du Angst, dass Niklas an Silvester dein Sub-Vorleser-Rekord bricht? Ich fordere euch heraus, diesen Rekord zu brechen. Weil ich will wissen, wie Niklas nach zwei Stunden plus Subs vorlesen hier am Stock geht. Das ist krass. Also, let's go. Let's go, Chad. Ich bin da nicht da. Ich meine, hier, Shaun of the Dead. Wie sieht der nicht so ähnlich aus? Ja, ich weiß, es ist nicht derselbe. Ist der nicht? Der das? Simon Peck? Also Simon Peck, der hat auch bei Star Wars mitgespielt, aber nicht bei dem. Und bei Star Trek. Oder, Chad? Sieht der nicht so ähnlich aus? Sub-Bate? Das ist kein Bate. Ich habe es gesagt. Bate ist, wenn man nicht wüsste, was... Wissen Sie, was ich meine? Das war eine offensichtliche Falle. Er braucht dafür nur 60 Minuten. 2.300 Subs in 60 Minuten? Das ist sportlich. So, nicht jetzt! Am Donnerstag! So. Nächste Frage. Und das ist auch die letzte. Matteo, nutzt du Instagram und Facebook noch? Habt ihr bei Facebook eine PN geschrieben? Bianca, pass auf. Ich muss es vielleicht auch mal erwähnen. Seitdem wir Among Us spielen, schreiben mir ganz viele Leute bei Instagram, aber ich bin auf Instagram nicht aktiv so richtig. und Facebook gar nicht. Ja, aber das würde dann passen da nicht wieder. Zurück auf Facebook. Buma TV, gehen wir zurück auf Facebook. Ja. Also das Ding ist... Lösen Twitter, Instagram und gehen zurück zu Facebook. Ich habe mein letztes Bild gepostet auf Instagram 2019. Ich habe im gesamten 2020 kein Bild gepostet, aber ich habe da jetzt 10.000 Follower. Ich habe dieses Swipe-Up. Ja, ich kann jetzt so wischen. Du bist berühmt. Ja, ja, total. Wenn ihr was von mir wollt... Warte, wie viel hat Gino mittlerweile? Gino hat 10 Milliarden, oder? Hä? Wie heißt Gino? Gino Singh Insta. Darf ich die Seite sehen ohne den Count? Nein, da ist ganz viel nackt. Vorsicht. Wohin mal nicht raufgehen. Ach so, ja. Er hat 16.000. 16,2. Mhm. Ja. Ist fast so berühmt wie Gino. Ja. Wenn Gino postet jeden Tag drei Bilder. Ja, ich habe halt... Ich poste keine. So. Ja, so, das war die letzte Frage. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt die bitte gleich. Wir beenden das Briefing jetzt. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und wir wünschen Niklas viel Erfolg beim Sport. Tschüss. Äh, ja.